Heute stellen wir Ihnen die aktuelle Studie der WHO Solidarity Trial Consortium vor. Hier werden verschiedene Medikamente im Einsatz bei Covid-19 getestet. Das Virus Taticum Remdesivir, das in den USA und Europa zur Behandlung von Covid-19 Patienten eingesetzt wird, hat in einer internationalen Studie der WHO ebenso wie drei weitere Mittel, Hydroxychloroquine, Ritonavir, Lupinavir und Interferon-Beta-1a die Sterblichkeit nicht senken können, wie die jetzt veröffentlichten Ergebnisse zeigen. Die Discovery-Studie war im Februar auf einem Wissenschaftsfonds der WHO beschlossen worden. Das Ziel war, vier bekannte Wirkstoffe mit möglicher virostatischer Wirkung bei möglichst vielen Patienten zu testen. Zwischen dem 22. März und dem 4. Oktober wurden an 405 Kliniken in 30 Ländern insgesamt 11.330 Patienten auf eine Behandlung mit einer der vier Substanzen randomisiert. Zu den Einschlusskriterien gehörte eine nachgewiesene Infektion mit SARS-CoV-2, die zu einer schweren Erkrankung geführt hatte. Bei den Patienten musste die Sauerstoffsetting auf mindestens 94% abgefallen sein oder es musste ein akutes Lungenversagen mit der Notwendigkeit einer Sauerstoffgabe oder einer mechanischen Beatmung vorliegen. Die Teilnehmer-Studie waren bereits so schwer erkrankt, dass sie im Krankenhaus behandelt werden mussten. 63% erhielten Sauerstoff, weitere 8% wurden mechanisch beatmet. Bei 78% waren beide Lungen erkrankt. Die häufigsten Risikofaktoren für einen ungünstigen Verlauf waren ein Alter über 70 Jahre, 19% plus 45% im Alter von 50 bis 69 Jahren, ein Diabetes mellitus in 25%, der Fälle Herzerkrankungen in 21% und chronische Lungenerkrankungen in 6%. Unter diesen Voraussetzungen war die Prognose für viele Patienten ungünstig. Bis zum 28. Tag nach Behandlungsbeginn starben 1.253 Patienten, das sind 11,8%. Unterschiede zwischen den vier Behandlungsarmen gab es nicht. Die relativen Sterberisiken lagen für Remdesivir bei 0,95, 95% KI, 1,0,81 bis 1,11, Hydroxychloroquine 1,19, Lupinavir, Ritonavir 1,0 und für Interfron Beta 1a bei 1,16. Für Hydroxychloroquine und Lupinavir, Ritonavir waren die Ergebnisse keine Überraschung. Das frühere Malariamittel hatte bereits in mehreren Studien früher enttäuscht. Eine kürzlich durchgeführte Meta-Analyse auf der Basis von 27 kleineren, randomisierten Studien mit 167 Todesfällen kommt zu einem relativen Sterberisiko von 1,0. Konfidenz in der Wahl 0,71 bis 1,42. Der Protease-Inhibitor Lupinavir, Ritonavir war in der britischen Recovery-Studie ohne Wirkung geblieben, nachdem zuvor in einer chinesischen Studie ein tendenzieller Rückgang der Sterblichkeit beobachtet wurde. Für Remdesivir gab es dagegen Hinweise auf eine Wirkung. Die Evidenz basierte auf den Ergebnissen aus der ACTD1-Studie 136 Todesfälle auf etwa 1.000 Patienten und zwei kleineren Studien 41 Todesfälle. In der ACTD1-Studie war es bei Patienten mit niedrig dosierter Sauerstoffgabe Low Flow zu einem Rückgang der Todesfälle um 70% gekommen. Rate Ratio 0,30, 0,11 bis 0,81 Konfidenz in der Wahl. Bei schwereren Erkrankungen blieb Remdesivir dagegen ohne Wirkung. In der Discovery-Studie konnte jetzt jedoch auch für Patienten mit Low Flow Sauerstoffgabe kein sicherer Vorteil gezeigt werden. Rate Ratio 0,85, 0,66 bis 1,09 Konfidenz in der Wahl. Auch in der Meta-Analyse aller vier Studien bleibt die Reduktion des Sterberisikos mit einer Rate Ratio von 0,80 Konfidenz in der Wahl 0,63 bis 1,01 knapp unterhalb des Signifikanzniveaus. Die Ergebnisse bestätigen die Ansichten von Experten, nach der Remdesivir kein Lockout-Medikament ist. Es bleibt allerdings die Möglichkeit, dass es im Frühstadium der Erkrankung die Virusreplikation hemmt und dadurch den Verlauf der Erkrankung verlangsamen kann. Wenn es erst einmal zu einer systemischen Immunreaktion gekommen ist, scheint der Einsatz von Remdesivir nicht mehr sinnvoll zu sein. Ein Hindernis besteht daran, dass Remdesivir als Infusion gegeben werden muss. Diese parentale Behandlung wird bei leicht erkrankten Patienten vermieden. Auch die hohen Therapiekosten von etwa 2.000 Euro für eine 5-tägige Behandlung könnten hier zu einer Zurückhaltung bei einer Patientengruppe führen, die auch ohne Behandlung eine gute Chance auf Erholung hat. Für Intervon-Beta-1a gab es bisher kein Ergebnis aus großen Mortalitätsstudien. Die Erwartung war, dass das Intervon als wichtiges Zytokin in der angeborenen Immunabwehr das Sterberisiko senken kann. Das war jetzt allerdings weder in der Gesamtgruppe noch bei Patienten der Fall, die gleichzeitig Lopinavir, Ritunavir erhalten hatten. Auch eine Begleitbehandlung mit Steroiden hat sich nach den jetzt publizierten Ergebnissen nicht als günstig erwiesen. Die Gabe von Intervon-Beta-1a erfolgt an den meisten Kliniken subkutan. Es könnte deshalb sein, dass bei einer Intervon-Beta-1a eine bessere Wirkung aufgetreten wäre. Wie bei Remdesivir spricht allerdings einiges dafür, dass eine Behandlung nur im Frühstadium erfolgreich sein kann, solange die Replikation der Viren im Vordergrund steht. Bernd Salzberger vom UK Regensburg erwartet nicht, dass die Ergebnisse der Discovery-Studie die Anwendung von Remdesivir rasch ändern wird. Eine klinische Wirksamkeit sei vorhanden. Alle bisherigen Studien hätten in die gleiche Richtung gewiesen. Unter der Behandlung mit Remdesivir können eine rasche Verbesserung des klinischen Zustands auf der Ordinalskala der WHO erzielt werden. Auch in der Discovery-Studie könnte es in diesem Endpunkt eine Wirkung gegeben haben. Der Infektiologe rät dazu, die weitere Auswertung der Studienergebnisse abzuwarten. Salzberger vermisst eine Auswertung zu den Patienten, bei denen Remdesivir mit Dexamethason kombiniert wurde. Für die Steroid-Behandlung war in der Recovery-Studie eine signifikante Wirkung nachgewiesen worden. Überraschend ist für den Experten, dass die Behandlung mit Intervon-Beta-1a keine Wirkung erzielte, sondern eher einen negativen Einfluss auf den Krankheitsverlauf hatte. Hier die Kaplan-Meyer-Kurve, Sterblichkeit bis Tag 28, Remdesivir-Versus-Kontrolle kein Unterschied. Hier sogar eine Tendenz zum Anstieg der Sterblichkeit unter Hydroxychloroquine. Lupiner-Versus-Kontrolle kein Unterschied. Und hier weicht die Kurve bei Intervon-Beta-1a sogar zu Ungunsten des Intervon-Beta-1a ab. Hier Subgruppen-Analyse Alter bei Einschluss und der respiratorischen Unterstützung beatmen, nicht beatmen für Remdesivir. Wir sehen keinen Unterschied. Hydroxychloroquine, keine Unterschiede in den Subgruppen. Das gleiche gilt für Lupiner-Vir und Intervon. Hier noch die Ergebnisse der Meta-Analyse, Remdesivir-Versus-Kontrolle. Hier in der Solidarity-Trial Low-Flow-Sauerstoff kein positiver Effekt für Remdesivir, nachweisbar. Hier die ACCT, Low-Flow-Sauerstoff, hatten wir ja einen Signifikant-Unterschied gesehen. Und wenn wir die Gesamtauswertung anschauen, haben wir hier einen Konservidenzintervall von 0,91 bis 0,79 bis 1,05. Also auch kein Vorteil für Remdesivir in Bezug auf Sterblichkeit im Vergleich zur Kontrolle. Weitere Informationen und Ergebnisse entnehmen Sie bitte der frei verfügbaren Publikation der WHO Solidarity-Trial-Konsortium. Untertitelung des ZDF für funk, 2017